Ich bin hier im Stau gestanden. Ne, das war heute wieder das allerletzte. Das war auch das letzte Mal, dass wir hier herkommen. Das war's. Hinten reinpflanzen. Du darfst uns dann reinpflanzen und schlafen. Ich bin wirklich sauer. Ich werde das mal geschaut, das kann ich machen. Ich schlafe meine Augen. Polizei? Er ist gerade nicht stehen. Ich habe gerade gesagt, wenn die um Zähne kommt, das reicht zu. Da kriege ich nichts zu essen. Das war's nicht. Ne, Nette. Guten Tag. Weißt du Rommi? Schlafen noch. Die schlafen noch? Ja. Die haben uns langweilig. Oh ne, du darfst. Da blüht die aus. Oh, die werden wir kommen. Hi Rommi. Taktiken rein. Taktiken rein. Du, ich soll dich filmen. Zieh sie mir, dass du gefilmt wirst. Ja, zieh sie mir. Also Franziska, du siehst, sie will nicht gefilmt werden. Sie will nicht gefilmt werden. Hey, wie siehst du dumm aus? Ah! Ah! Oh, ich! Ist das bei den Männern? Wie jetzt? Ja, auch nicht. Bei dem Gegenwind so viel. Und die Hölle. Was? Ja. Oh, wie! Oh, oh, oh. Morgen! Ich habe eine Frage zu filmen. Hast du den Dich nicht bekommen? Ich habe eine Frage zu filmen. Ich habe eine Frage zu filmen. Ich habe eine Frage zu filmen. Wir haben es geschafft, in das Land der fünf Quellen zu kommen. Eine Quelle, in der sie schläft noch, aber... Oh, 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 oh! Wie siehst du denn aus? Oh, 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 oh! Dann, das gibt es auch nicht mehr. So. So, pass mal an. Packchen geöffnet. Bist du verstärkt, warum ich ihre Stimmung habe? Ich habe eine Frage zu filmen. Mutti, ganz gewindelt, ganz parkiert aus. Mh... Mh... Es duftet. Es duftet. Es duftet. Seife. Und jetzt hat sie es gleich und... Noch wenige Sekunden und sie hat es auch. Ich halte es in die Kamera. Was ist das? Das ist ein... Ja, lass mich doch mal. Das ist Emerald Steak, gewinnt sie. Spezial Ede Toilette. Oh, schaut cool. Ja. Sehr gut. Das ist alles so schön verpackt. Ich mag das andere auch. Nein, das mache ich. So, jetzt muss ich erst mal sehen, wie ich hier reinkomme. Der schöne Flieger, das Glamm ist. Hallo. Grüß mal deine Jogi-Jungs. Hallo, Jogi. Hallo, Martin. Na, mein Gott. Oh, Gabi, ich danke dir. Oh, Gabi, oh, Gabi. Wo soll ich? Warte mal, lass mich mal. Duft nur. Ich will mir die Franziska auch. Nein. Ich will das sofort probieren. Da mache ich. Mh, ein grauschender Duft. Hier, du hast jetzt die. Hier, richtig was? Uh, super, richtig das. Und eine hübsche Verpackung. Eine hübsche Verpackung. Sehr schön. Mutti. Gehen wir zum nächsten Päckchen über. Ey, Mutti, das hast du. Ach, das ist was Dickeres. Das könnte, das könnte, das hier sein. Oh, du Gabi, nein. Das ist ja verrückt. Wie ist er geworden, das ist? Ich glaube, alles am Tisch best. Ich möchte schon einen Schachtel noch kaputt machen. Oh, schön. Das bin ich. Ein Roller. Der Roller. Mh. Oh, mh, wie der riecht. Mh. Ah, das ist gut. Ach, Gabi, das ist ganz lieb von dir. Ich freue mich sehr darüber. Hab vielen Dank. Die Mutti muss jetzt die Duftmode anrühren. Annette, möchtest du auch mal? Hm, komm mal her. Das macht, das macht fresh. 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 Lady. Ey, er hat es genommen. Er hat es genommen. Mach doch nur eine nach. Ui. Und es funktioniert doch. Nach 200-maligem Einbruch. Ja, ja, mach, shut up, shut up. Nochmal. Ja, mach, shut up, shut up. Ich habe einen Schachtel. Auf der Brille. Ich habe einen Schachtel. Nein? Da. Ja, du. Ich hab noch den Brust. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So schnell kann er nicht schlafen. So schnell kann er nicht schlafen. Oh nein, da muss er genießen sein. Ein Stück, ein Stück, ein ganz kleines. Mach so, als wenn du was abhalten. So ein Lachbarer. Willst du bitte einmal lächeln auf mir? Das war der Ausflug in Stolten. Ich hoffe nicht, dass du das jetzt drauf hattest, was ich gesagt habe. Weißt du nicht? Nein, was ich gerade zu ihm habe. Und ein Wisch für mich. Aber das habe ich nicht gesagt, dass du etwas über Thomas gesagt hast. Das ist ja furchtbar, du filmst zu sein. Also das ist mein Fotoapparat lieber. Ja, ich stimme jetzt. Aber du musst den Ton dann rausschneiden. Das geht nicht. Kann ich keine Nachvertonung machen. Na ja, nur Nachvertonung geht das raus, ne? Das habe ich auch nicht. Das werden wir Familie Forstmann mal zeigen, was es als zu essen gibt. Ich bin jetzt zum Tisch und... Siehst du, wenn wir jede Wahlzeit aufgenommen hätten, der hättest du. Der kriegt, der kriegt mit der Kamera auf einen Händen zu essen rein. Das ist mein Teller, den esse ich gleich auf. Da ist es klein. Das ist ja der Ange. Waldemar beim Bier trinken. Bist du sicher, dass das Bier ist? Herr Thomas... Ach, wie hättest du? Der kriegt bloß kalt Wasser. Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. Wasser und Salat, ja? Gabi, Martin, Thomas, Franzi, ihr wisst gar nicht, was ihr hier verpasst. Wir sind nur am Schlepp. Wir sind nur am Schlepp. Unsere abgehungerten Pfunde sind schon wieder drauf. Oh, ja, das klappt ja gleich mal. Ah, okay, dann. Mam, mam, mam. Der soll ein Arsch weg und... Ja, das ist gut rein. Äh... Ja, eben. Ja, eben. Mit paired in hand. Ja... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020